neustart verdammt 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 das ist echt mies ich glaube ich darf nicht direkt auf die zielen oder so 15 von 30 also wie soll es denn das schaffen das ist echt ein bisschen mies ich würde das gerne ich würde das gerne schaffen ich muss mir irgendwie eine vernünftigere route ausdenken glaube ich so okay brauchen wir noch ein stück fehlen noch und einer fehlt noch gott sei dank geschafft so finde ich aber cool diese challenges das macht nicht spaß ist auch mal was anderes anzwischen drin okay so dann haben wir jetzt wieder eine tolle rune hier haben wir nichts mehr hier kommen wir nicht raus munitions boost okay so kommen wir wieder raus ich will eigentlich die karte ich muss da hinten muss ich hoch da unten das haben wir alles da oben haben wir noch einen aussichtspunkt oder irgendwas keine ahnung was das ist ich gehe jetzt mal hoch einfach nur wissen was da ist aha hier ist da irgendwas ah ok energie so gib mir die energie ja ich fühle wie stärker werde munition so dann haben wir munition komplett geupgradet das heißt wir können jetzt das maximale an munition mitnehmen was uns das spiel gestattet finde ich gut so und jetzt müssen wir die olivia töten kriegen wir hin so so und das haben wir alles so und der doppelsprung finde ich echt cool gerade zack so haben wir noch irgendwas was man mitnehmen kann da hinten haben wir auf jeden fall alles eingesammelt und wir müssen eh da lang weil da geht es nicht weiter ich dachte ich bin jetzt runter gesprungen so ah na glückwunsch hier da 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 ist Das war knapp. So, ciao. Und servus. So. Ähm. So. Ah, Glückwunsch. Zu blöd zum Schießen. Äh, ach, da hinten ist auch noch einer. So. Das war's mit dir, Freundchen. Hier geht's, glaube ich, weiter. Haben wir noch irgendwas? Nö. Ich muss, glaube ich, eh da hinten hin. Kann das sein? Weil hier komme ich nicht hoch. Ich muss da. Das sieht gerade schon, wie das ist. Als würde irgendjemand langlaufen. So, okay. Das ist die Brücke hier. Ich laufe die nur ganz kurz ab, um sicherzustellen, dass wir gegebenenfalls nichts übersehen haben. Ah ja. Ich glaube nicht, dass es so geplant war, aber okay. Ciao. Ähm. So. Weg mit euch. Weg. 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 Ich will meine Ruhe haben. Hier. Lasst mich. Okay. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Dann haben wir noch Rüstung. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ähm. So. Ciao. Hat eine Gesichtsmassage von mir bekommen. So. Okay. Ich laufe jetzt mal hier lang. Ich möchte wissen, was hier ist. Ähm. Hallo. 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 So. Großer, fetter Kumpatsch. Ah, die können, die laden ihre... Die laden praktisch ihre Dinge immer auf, dann ihre, äh, ihre Waffen drum. Sind die manchmal so stark und killen uns so schnell. Verstehe. Verstehe. Ah, cool. Hitzestoß. Äh, Plasma-Gewehr. Betäubungsbombe. Ähm. Das ist auch nicht schlecht. Ich nehme die Betäubungsbombe. Da haben wir noch eine Aufzeichnung. Da haben wir noch eine Aufzeichnung. Was haben wir hier? Gesundheit. Sehr gut. Da ist aber noch irgendwas hier. Moment, das ist draußen, glaube ich, auf dem Dach dann. Mal gucken. Hm. Ups. Ich musste irgendwie doch hochkommen. Ich glaube, ich bin bloß nicht vernünftig draufgesprungen. Wo spawn ich wieder? Oh, ne. Ernsthaft? Ich spawn wieder am Anfang? Boah, das ist, das ist jetzt ätzend. Das ist echt ätzend gerade. Wieso spawne ich jetzt wieder am Anfang? Äh. Ja, und alle Gegner sind auch wieder da. Na, toll. Äh. Da ist es zum Kotzen. Folgend, ich dachte halt, ich, ich dachte halt echt, ich muss da rüber oder kann da rüber. Äh. Die ganze Schlose nochmal machen jetzt. Na, toll. Das, äh, macht Spaß. Äh. Ja, ciao. So. Ich bin glücklich mit dem eigenen Arm dafür. Ciao. Hallo. Hä? Manchmal habe ich das Gefühl, da weichen die einfach aus. Hm? So. Einer liegt noch. So. Hm. Zack, so. Kiefer rausgerissen. So macht man das hier. Na, komm. Gib mir alles, was du hast. Das alles. Schwächling. Das ist gar nicht würdig, dass ich mich mit dir anlege. Mach euch alle kalt. Zieh weg. Du bist meiner nicht würdig. Verpiss dich. Hör den Abschau. Natürlich, die haben wir ja schon. Ach so, das speichert er sich natürlich, dass man die Sachen sich einsammelt. Okay, gut zu wissen. Hätte ich mir das hier sparen können. Ich wusste nicht, dass der sich das speichert. Nää. Ach so. Hier geht's im Übrigen weiter. Ja. Ach, das war bloß diese blöde Rüstung hier, oder wie? Na toll. Das war bloß die Rüstung hier. Deswegen bin ich in den Tod gesprungen. Läuft. Irgendwas feuert hier noch auf mich. Ach, da unten. Tschau. Baa. So. Muss ich ja nicht die Dämonen alle töten, oder kann ich einfach so weiter? Ich glaube, ich kann einfach so weiter, oder? Ja. Ich glaube, ich kann einfach so weiter. Das wäre jetzt nicht so blöd. Ja, dann komm halt her, wenn du sterben willst. Ist Vieh. So. So. Sehr gut. Doppelsprung funktioniert jetzt echt super. Aha. Sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand an Portalen die Hölle zu öffnen. Der Argent-Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Okay, also das Witzige ist, dass sie sieht ja auch nicht mehr wirklich gesund aus. Also sie sieht ja wirklich so aus, als wäre sie angegriffen worden. Von ihren Freunden, den Dämonen, was haben wir hier? Willkommen bei der UAC, der Heimat des Argent-Energie-Verkehrungssystems von Dr. Olivia Pierce. Wir sind der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllen-Energie in Argent-Energie umwandeln lässt. Jetzt fehlt euch nur noch, schönen Tag noch. Ah, hier, das habe ich besucht. So. Oh Gott, ich muss wieder ein bisschen lesen, dann glaube ich. Mache ich dann aber, glaube ich, zum Abschluss des Streams dann. So. Ciao. Hm. Na komm her, mein Freund. Ja. Heute gibt's Geschnetzeltes. Ähm. Boah. So. Wir in die Gesundheit. Ja, erzähl mir was Neues. Aua. Lass das. Geh weg. Der lebt doch noch. Wo ist der Flash? Hallo Flash. Hallo. Ciao. Servus. Gesundheit. Juhu. So. Ähm. Okay. Speicherpunkt erreicht. Ha. Ein Fest, sage ich da nur. Was ist das hier? Artefakte. Vierfachschaden. Toll. Warum finde ich die eigentlich immer erst im Nachgang? Ich finde die ganzen Boni immer erst im Nachgang. Das ist, äh, ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Ach Gott. Naja. Maintenance. Sehr gut. Gehen wir mal rein. Äh. Hier ist der. Hm. Muss ich da schnell sein? Oder muss ich da einfach nur hoch? Nö, hoch muss ich nicht. Ich muss nur schnell sein, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ah. Ähm. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Hört schon stimmen. Ah. Sehr gut. Kleines Chipchen. Nehme ich natürlich gerne mit. Äh. Karte. Wie schaut's aus? Ach, das war der Typ hier. Okay. Dahinten müsste jetzt gleich eine Heilung kommen. Erstmal hier. So. Codex-Eintrag. Heilung haben wir voll. Da haben wir Heilung. Da unten haben wir noch eine Rüstung. Da ist der Kern, da unten. Naja, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir, was passiert. Ähm. Ah, schon. So. Sesam, öffne dich. Mhm. Hier haben wir nichts mehr. Also nach unten. So. Mann, 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 Mann. Ich könnte ruhig mal die Türen reparieren hier. Ach, du Schande. Äh. Was bist du denn für ein hässlicher, fetter Klumpatsch? Oh. So. Oh. Der verliert aber ganz schön viel. Oh.